Wir kamen von... Wo kamen wir denn? Ich glaube von da. Nee. Doch, von hier kamen wir. Okay, gut. Dann haben wir da die Tür fertig. Was ist hier drin? Eine Kamera. War hier nicht auch irgendwo der Sicherheitsalarm-Ausschalter oder so? Der war doch hier oben irgendwo, oder? Ist doch nicht dumm. Doch, bin ich. Sag's keiner. Nein, nein, da will ich nicht rein. Nein, nein, nein. Geh erst mal hier rein. Lass mir hier drin gucken, was so abgeht. Lala, aua, aua, aua. Au, 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 au. Meine tut mir weh. Bin ich nicht okay? Ich hab halt keinen Bock, Muni für die Dinger zu verschwenden. Deswegen schieße ich halt nicht auf die, sondern versuche halt so gut es geht auszuweichen während Schüssen. Okay. Weil Muni für die zu nutzen, wäre halt echt... Das wäre halt echt Verschwendung. Hier ist nochmal ein Juvent. Könnte ich mir eh nichts machen. Nichts Wichtiges, alles klar. Weiter. Alles durchsuchen. Hab ich nicht... Ey, ich hab grad schon wieder Hallos gehabt, glaub ich. Hab ich ihn nicht gesehen? Alter, bin ich... Weiß ich nicht. Oh, Leute, da redet ja wer. Ist zu leise, Leute. Ist es zu leise. Ist einfach zu leise. Stimmenverzerrer benutzen. Okay, cool. Sieh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, mein Lieber. Jetzt fehlen nur noch die Pheromone. Wie findest du in der Little Wonder Education? Okay. Da ist er. Okay. Ich hab mich grad gesucht. Aber wir haben noch einen, oder nicht? Wir haben nicht grad noch einen? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab... Ich hab, was das angeht gerade. Completely die... Hallos. 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 Ich hab, Hallos. Oh, leil. Ich hab übrigens auch überlegt, heute zu streamen. Aber dann hab ich... Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Wo ist hin? Warte oben. So, Bianne. Ich hab deine Nachricht erst jetzt gesehen gerade. In der... Be-be-be-be-be. Ich lese mir gleich durch. Jetzt geh ich einfach weg. Danke. Okay. Ähm. Was hast du geschrieben? Äh, streamen. Aber dann hab ich gesehen, dass du streamst. Und ich dachte mir so, nee, lass mal. Okay. Auch ein bisschen schade gewesen. Weil ich hab mir den Stream nicht angucken können. Und ich bin ja immer ganz gern bei den Streams dabei. Zumindest in Zeit. Boah, macht es im G. kein Damage, ey. Holy moly. Alles leer. Alles klar. Okay, hier ist dann die Tür. Alles klar. Die führt also... Oh, dieser Helm, ne? Ich fühl mich eingeschränkt in meiner Sicht. Boah, das Extremste. Ich fühl mich unwohl, wenn ich diesen Helm auf hab. Okay, hier sind wir auch fertig. War da oben was? Ne, da oben hat nichts. Okay. Gut. Den können wir nicht öffnen. Okay. In die Mitte geh ich später nochmal rein. Hab mich doch grad schon... Ich hab mich grad schon gewundert. Hä, lag der da eben auch schon? Oder bin ich jetzt doof? Hör auf, jetzt wegzulaufen, Mann. So. Da oben hatten wir die Kamera. Ich hab sie gesehen. So. Ich bin mir dann erstmal was zu essen machen. Viel Spaß noch. Alles klar, Janne. Dir guten Hunger. Und... Ja, vielleicht bin ich später, falls du nochmal reinschaust, ne? Alter. Da ist noch mehr, okay. Erstmal kurz nach... Lass mich mal kurz nachladen. Junge. Hab gesagt, lass mich kurz nachladen. Warte, komm ich nicht von hier? Ja, klar, von hier komm ich. Heute hat mir nochmal schön Geld gegeben, Gott. Das ist nett. Ja, stimmt. Klar, von da kam ich ja, ne? Ja, muss ich jetzt in die Mitte. Alles klar, dann muss ich jetzt in die Mitte. Dann geh ich in die Mitte. Kamera hab ich ausgeschaltet. Ich schätze, über mir wird nochmal eine sein, oder? Nein, okay. Cool. Ähm. Okay, ich krieg kein Damage. Das wundert mich gerade, dass ich hier kein Damage bekomme. Das ist cool. Tag, Maxi. Ich würde gerade... Was? Ich würde gerade auf etwas Bestimmtes ein ABC-Buffe werfen. Was? Was meinst du? Wieso nutze ich nicht den Autorhäcker? Erklär mir doch mal. Dahin, dahin, dahin. Nein, nicht dahin. Dahin. Dort. Bisschen runter. Genau, jetzt brauche ich nochmal einen. Ne, hab ich nicht. Ist nicht dein Ernst. Darunter bitte. Ja, dann mach mal zur Seite. Genau, dann mal noch dahin. Dahin. Ich glaube, ich verbau mir gerade so vieles hier. So. 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 Vielleicht ein bisschen umständlich. Hat aber funktioniert. Ja. Ja, alles klar. 69 Dollar. Das nehme ich doch gerne mit. Wieso könnte ich hier... Ich muss wahrscheinlich hier diesen Strom irgendwie abschalten, ne? Würde ich jetzt mal irgendwie so ganz grob schätzen. Weil sonst komme ich da wahrscheinlich nicht durch die Tür. Aber das ist okay. Ähm. Gut, ich würde sagen... Gucken wir nochmal unten lang. Hier oben waren wir jetzt komplett. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch unten hin. Schön zu wissen. Ich habe gerade schon wieder irgendwelche Spackis gehört. Irgendwo. Da unten. Hier unten. Alles klar. Man... Nein. 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 Alles klar. Den Raum hatten wir ja schon gefunden, ne? Den hatten wir ja schon irgendwie Okay, da kommen wir nicht durch Will ich erstmal kurz nach oben gucken und mir oben hier alles angucken Den Raum hatte ich ja schon gesehen Ich weiß nicht, ob der sich verändert oder so Oh nein, hier, oh, hä? Zigaretten rauchen Wo kommst du denn her? Mann, ich treffe nicht Mein Aim ist halt einfach nice Okay Oh, lernen deinen deinen Memos lauter zu sprechen Jetzt mal im Ernst Das ist halt Das ist halt das, was mich am meisten stört hier an diesen Audio-Nachrichten Dass die so leise sind Okay Ach, hier bin ich wieder Oh, ah, oh, okay Oh, cool Dann haben wir das auch fertig Hier oben alles Oh Sag mal, wo kommt ihr eigentlich immer alle her? Oh Äh, wo bist du denn? Die war oben gerade Okay 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 So, hier war ich Okay, warte Hier war ich Ja doch, hier war ich überall drin Glaube ich Hier unten Da war ich noch nicht drin Da war ich noch nicht drin Okay Hier ist eine Genbank Okay, cool Aber die Genbank Brauche ich tatsächlich gerade irgendwie nicht Ich bin momentan zufrieden mit meinem Gen Oh, hallo Safecracker Tunikum Das ist, äh, nett Jetzt könnte ich halt Schon zum Big Daddy werden, ne? Aber ich würde diesen Big Daddy dort ganz gern noch besiegen Oh, Junge Geh weg Geh einfach weg Der ist schon gut angeschlagen, merke ich gerade Warum? Ach, gegen den hat ich doch schon gekämpft Ja klar Ist ja der Oder hat sich gegen den gekämpft? Weiß es nicht Auf jeden Fall Haben wir jetzt die letzte Little Sister aus diesem Kapitel gerettet Und jetzt würde ich auch sagen, geh ich Oder werde ich Big Daddy Ich werde Big Daddy Das ist nett Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin Dieser Gestank Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden Verstehe ich beim besten Willen nicht Das kann ich dir auch nicht erklären Äh, wir Auto hacken dieses Ding mal Können wir uns noch mal Verbandsgästen kaufen Oh, wir haben so viel Geld, merke ich gerade Einfach alles Einfach alles Geld ausgeben Hm Lass mich wieder raus, danke So, was ist hier denn jetzt eigentlich? Ah, okay Die Big Daddy-Taste hat mir Kartoffelchamps gebracht Finde ich ja mal gar nicht so ungeil Um ehrlich zu sein So, was haben wir hier noch alles Nichts Wichtiges Und ansonsten bin ich jetzt hier durch, glaube ich Oh, Schrank Okay Jo, ich glaube jetzt bin ich hier durch Ich schätze schon Können wir jetzt hier eine Little Sister rufen? Nein, okay Dann müssen wir dafür, glaube ich Wirklich Wenn ich den Ausgang finde Irgendwo Hin Ist da unten Panzerbrechend Apropos Ich kann mal ein bisschen nachladen Wo muss ich denn? Ach, hier Geh weg Das war ja Hier Und dann durchs Fenster Genau Stimmt So haben wir nicht Wir haben keine Antipersonen-Patronen Leider Das ist ein bisschen unlucky So, da ist das Hier ist die Kammer Hat noch wen gehört Aber Ach, drei Oh Dein Ernst Okay Wir haben zwei gefunden? Hä, wo haben wir denn zwei gefunden? Haben wir denn zwei Big Daddy Gerüchte gefunden? Also Pheromone Wir haben Hä? Hä? Ich weiß nur von einem Den Rest haben wir nicht aufgesammelt, oder? Oder habe ich hier oben aus Versehen Eins mitgenommen? Ja Okay Mach ich Okay Okay Ui! Haben wir eigentlich... Ja, wir haben alle drei und das Regisseur-Dinger haben wir auch gefunden, soweit ich weiß. Hey. Einfach schlagen. Danke. Hey. Hey, du bist doch schon befreit, oder nicht? Siehst zumindest so aus ein bisschen. Kommst du rein? Komm. Gut, Leute. Ich glaube mal auf ins letzte finale Gebiet. Alter, ins Trainingsgelände? Okay. Auf. Ins Trainingsgelände. Aber wir sind bald durch mit dem Spiel, ey. Das ist geil. Das ist echt geil. Oh. So. Ich bin ihr Beschützer. Das hat nochmal meine normalen Waffen. Okay. Wir sehen können uns jetzt zum Blick, der die wird. Komplett. Oh, ich war ja schon. Aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in ein Boot gesetzt. Oh, Effe? Woher nicht? Was sind die Kleine? Ja, gleich. Lass mich doch erstmal hier... Oh, warte mal. Zack. Und mitnehmen. Sehr schön. Ah, ich sehe halt nichts. Lol. Wo bist du denn hin? Gen-Bang brauche ich nicht. Die Bandskasten auch nicht. Da oben ist sie. Okay. Würde ich nicht ganz gerne noch erst hier unten langschauen? Ja, doch. Würde ich eigentlich ganz gern. Ja, gleich. Du bist zwar süß, Lidl, siehst du, ne? Aber komm schon. Lass mich doch jedenfalls ein bisschen erkunden hier. Sie rafft es nicht. Zigaretten mitnehmen. Wird sie angeschossen? Was rennst du denn vor? Jetzt muss ich ihr folgen, oder wie? Oder kommt sie mir hinterher? Bist du mir hinterher? Nein, kommst du nicht? Oh, wie doof ist das denn? Ich finde die ja nicht so doll, ne? Ich finde die ja ein bisschen doof. Aber gut. Ich bin so weit. Wo läuft sie jetzt hin? Oder unten ist noch ein Big Daddy, okay? Ja. Wir gehen ja schon. Ich folge dir doch auf Schritt und Tritt. Also jetzt mal im Ernte. Kann ich hier? Hier kann ich nicht. Es ist nicht grün. Ich wäre halt noch ganz gerne unten gewesen. Okay, es gibt hier aber keine Little Sisters zu holen. Das heißt, ich glaube, ich habe in... Ich weiß nicht, ob ich in jedem Gebiet jedes Sister geholt habe. Ich habe kein Wort. aus dieser Nachricht eben gehört. Wo ist die Kamera? Ach, da oben ist die Kamera. Okay. Haben wir? Ja, dann geh doch ein bisschen schneller. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich bin schneller als du. Ich will es dir nur erwähnt haben. Also sag nicht die ganze Zeit zu mir, ob ich soll gehen. Ich bin vor dir. Ich bin schneller. Ich laufe geschwind. Ich bin dran. Oh, Mr. B. Ach, schau sie, Vera. Obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelsbahn befreit sind, bringt zu chance, mentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünden sie diese, kann kein Mensch wieder gut machen. Halt ein bisschen zu träumen, Mr. B. Das war's für heute.